Wenn jetzt Sie und Annalena Baerbock spielen, können Sie Ihren ganzen Namen eigentlich sagen? Annalena Baerbock? Aber die hat noch zwei zweiten und dritten Namen. Das weiß ich aber nicht. Die heißt Annalena Charlotte Alma Baerbock. Alright. Wissen Sie, was die Initialen davon sind? Annalena Charlotte, nee, A, C, A, oder wie? A, C, A, B. AC, D, C. Nee, AC, B, C. A, C, A, B. A, C, A, B, ja. Vielleicht das noch in die Kamera sagen? AC, A, B. Ja.